Hallo und herzlich willkommen zur Einführung in die Werkstoffgruppen. Dieses erste Video der Reihe beschäftigt sich mit der Einteilung von Werkstoffen. Es gibt ein großes Spektrum an Materialien, welches wir täglich in unserer Umgebung wahrnehmen können. Doch nur einige davon besitzen in mindestens einem Aggregatzustand anwendungsrelevante Eigenschaften, sind technologisch und wirtschaftlich machbar sowie umweltverträglich. Sie bezeichnet man als Werkstoffe. Anwendungsrelevant sind vor allem mechanische Eigenschaften. Hierzu zählen die Dichte, die Steifigkeit, also der Widerstand eines Materials gegen reversible elastische Verformung, sowie die Festigkeit als Widerstand gegen bleibende plastische Verformung und Bruch. Des Weiteren ist die Zähigkeit, also die Fähigkeit eines Werkstoffes, Spannungsspitzen durch plastische Verformung abzubauen, zu beachten. Wichtige thermische Merkmale sind beispielsweise die Wärmedehnung und Wärmeleitfähigkeit. Hinsichtlich ihrer elektrischen und magnetischen Beschaffenheit zeichnen sich Werkstoffe unter anderem durch ihre elektrische Leitfähigkeit oder magnetische Permeabilität aus, also die Durchlässigkeit des Werkstoffs für magnetische Felder. Korrosions- und UV-Beständigkeit sowie Brennbarkeit sind bedeutende chemische Eigenschaften. Für Ingenieure können darüber hinaus weitere Kriterien interessant sein, wie der Preis und die Möglichkeit, Bauteile wirtschaftlich aus den Werkstoffen herstellen zu können. Anhand ihrer Eigenschaften lassen sich Werkstoffe in bestimmte Gruppen einteilen. Der britische Materialwissenschaftler Michael Ferris Ashby entwickelte beispielsweise eine Übersicht, die anwendungsrelevante Werkstoffe in die fünf Hauptgruppen Metalle, Keramiken, Gläser, Elastomere und Polymere einteilt. Hieraus lassen sich verschiedene Hybride kombinieren. Zu diesen zählen Verbundwerkstoffe, Naturwerkstoffe und Schäume. Auf die Gruppe der Metalle wird in einer weiteren Übersicht detaillierter eingegangen. Sie unterscheidet zunächst Eisen- und Nichteisenmetalle. Die erste Kategorie gliedert sich wiederum in Stähle- und Eisengusswerkstoffe, die zweite in Schwer- und Leichtmetalle. Damit wird bereits ein breites Spektrum der in der Technik eingesetzten Werkstoffe abgedeckt. Künstliche und in der Natur vorkommende Nichtmetalle bilden die zweite große Gruppe. Die Hybride nehmen auch in diesem Diagramm eine Sonderstellung als Kombination der genannten Untergruppen ein. Für die hervorgehobenen Werkstoffgruppen stehen weiterführende Videos mit detaillierten Informationen zur Verfügung. Zusammenfassung Nicht alle Materialien sind Werkstoffe, doch gibt es so viele, dass eine Systematisierung unbedingt nötig ist. Sie kann auf unterschiedliche Arten erfolgen, beruht aber immer auf den anwendungsrelevanten Eigenschaften der Werkstoffe. Daraus folgt eine sinnvolle Einteilung in Metalle, Keramiken, Gläser, Elastomere, Polymere und Hybride.